Ich hatte Kupplung gezogen. Ich hatte Kupplung gezogen. Hatte ich noch nie. Das war mein erstes Mal. So Leute, wir sind jetzt beim Burger King fertig und jetzt geht es weiter. Okay. Okay. Was für ein Wurstkorb. Was macht der Junge? Hauptsache er fehlt dann so rechts, links, rechts, links. Ganz vorne. Das war der Wurstkopf. Pabzi wurde angehubt. Er ist am diskutieren mit dem Fahrer. Roadtrash ist da. Weil er sich vorgedrängelt hat. Geil. Oh Mann. Also wenn ihr Roadtrash sehen wollt, schaut auf Pabzi Modos Kanal vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Guck mal. Der ist am Handy. Ne, die ist am Handy. Guck mal. Guck mal. Guck mal Gas. Guck mal Gas. Guck mal Gas. Guck mal Gas jetzt. Nein. Was? Guck mal Gas. Nicht am Handy. Guck mal Gas. Achso. Dann aber lieber ranfahren. ich verstehe kein wort ich habe kein wort verstanden am handy und auto das ist nicht so geil das ist nicht so geil da baut man dann einfach bauen die unabsichtliche unfälle sonst zieht den anderen nur mit rein, geht gar nicht der typ mit dem lieferwagen ich hab's gesehen Wohin sollst du gekorben? Ich hab's gesehen, ey. Das ist das Geilste, ey. Das ist das Geilste beim City-Fahren. Einfach von einer Ampel zur Anderen besteunigen. Jogge, wie laut! Junge! Ey, da kommt ein Tunnel. Da kommt ein Tunnel. Was machst du da? Alter, dass ich grad Gas gegeben hab bei den beiden, ne? Junge, wie das geknallt hat! Ich hab mich selbst ein bisschen erschrocken. Die haben selber nicht erst recht. Ja, die haben auch so zu mir geguckt und so auf mich gezeigt, so ein bisschen. Was machst du da? Ich hab das Auto! Ey, guck mal, siehst du das da hinten? Junge! Siehst du das da hinten? Ich hab's gehört, ich fahr neben dir. Voll Sound! Und! Das gibt jetzt nen Soundcheck! Was? Was? Crazy! Junge! Geil, ey! Münster gefällt mir! Er zeigt mir den Daumen! Das war so laut! Was macht der da? Was macht der da? Hä? Chillt sein Leben! Fährt einfach mal ein bisschen rückwärts hier. Und die nächste Runde geht rück, 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 rückwärts! Okay. Kann man auch mal machen, ne? Okay. Das dauert ein bisschen, bis wir abbiegen können. Der Bus muss erstmal weg, sonst seh ich nix. Obwohl die Ampli ist rot, komm! So geht's auch! Was? So geht's auch! Die Lüftung ist an von Papsi! Uiuiui! Jetzt geht's wieder Richtung Heimat! Da ist die 43 ausgeschildert! Hallo! Oh Mann! Meins ist Elektro, hörst du das? Hä? Meins ist Elektro! Ich hab grad versucht anzumachen und hab einfach mal immer noch den Kehlzustand gehabt. Oh mein Eier! Ich bin da voll übern Huckel an dem Tank dran! Kommen wir nach Hause? Hatte ich vor! Du siehst aus, als hättest du den Schmutz gefressen! Was? Nahaufnahme von Luisas Helm, sie ist dreckig! Was? Was? Warum kriegen wir keinen grünen Pfeil? Ist doch gar nix da! Check ich nicht! Es ist nichts da! Und jetzt endlich! Alter, die Straße hier! Uh! Straßenschäden! Ja, merk ich! Stopp! Schild! What are those? Echt? Ups! Hallo! 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 Loll, die ist gerade abgesoffen und wieder angegangen! LOL! Die ist gerade abgesoffen und wieder angegangen! Peace! Hallo! Wie?! So ein Bananen-Mobil! Geil! Dope! eine hochzeit erst mal hupen hier rechts rechts abbiegen ich weiß doch nicht wo lang fahr du mal okay ich weiß nicht wie wo das ist okay so kommen wir hier kommen raus also leute ich hoffe euch hat das video gefallen wenn das der fall ist das mit daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten modevlog leute ja